Moin Moin Hallo! Warte, das ist unhöflich, ich gucke nicht in die Kamera. Guten Tag! Na? Erkenneke und ich haben uns dazu entschlossen, dass wir jetzt einfach mal das Moonlight Sword uns holen. Erkenneke hat es schon. Ich werde es mir nun holen. Heiliges Mondlichtschwert. Da ist es mega. Geile Scheiße. Ach fuck. Ne, okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt können wir sehr schnell auf plus 10 hoch pushen. Ja, ne, mit null Blutechos wird das nix, gell? Ja, und ohne Blut Edelsteine, die ich blöderweise verkauft habe. Oh, echt? Die brauchen auch noch, oder was? Ja, ja. Ne, waren wir die beiden, nur mal die Brocken und das alles, oder was? Ja, die ersten Monster für uns. So, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Heiliges Mondlichtschwert. Ach, die Scherben, genau. Blut Steinsscherbe. 155 Stück habe ich. Okay, pass auf, wir haben ja noch ein bisschen Items hier. Von wegen getrocknetes Blut. Wie heißt das Zeug? Dickes Kaltblut. Die drücke ich mir jetzt alle rein. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Wieso mache ich das denn so? In Dark Souls war das so zum Kotzen, wenn du da diese Seelendinger eingesammelt hast, musstest du jedes einzelne benutzen. Hier haben sie es so gemacht, dass man mehrere verwenden kann und ich mache es trotzdem nicht. Da, mehrfach verwenden. So, tiefer. Da ist es. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Danke. So, das wird jetzt spannend. Ich drücke da jetzt mal ein paar Edelsteine rein. Mal gucken, das wird richtig aufregend. Achtung, nicht erschrecken. Schneid euch an. Halten sie sich fest. Sperrt eure Frauen ein und weiß ich nicht, was noch alles. Wir nehmen jetzt mal einfach ein, um da eine Referenz zu haben. Und das war automatisch der Beste, wie es scheint. Tatsächlich, das war bis jetzt wirklich der Beste. Was ist das denn? Guckst du eigentlich bei den Steinen nur auf die Werte, die hochgehen? Ja, ne? Größtenteils. Aber manche haben halt echt bessere Werte, haben dann aber den Nebeneffekt, dass sie irgendwas verschlechtern. Genau. Angriff gegen Bestien minus 10,9 Prozent zum Beispiel. Den habe ich dann noch wieder rausgenommen. Hm. Ich nehme den mal rein. Okay, man hat ja drei Slots. Mal gucken, was wir noch so haben. Roter Blut, physischer Angriff und Wiedergewinnungsspot. Was? Wow. Das Schwert braucht jetzt für die letzten drei Level schon Blut, Stern, Brocken. Huch. Was? Welches? Ja, das Mondlichtschwert. Das Mondlichtschwert? Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Für die letzten vier, fünf Level, glaube ich. Okay, krass. Ich habe einfach nur auf plus 10 hochgeschoben. Ich habe nicht drauf gerettet, was das rein sollte. Ich habe auch damit gerechnet, dass ab plus fünf Feierabend ist und nichts mehr geht. Aber okay. Oh, hier. Oh, alles blaue Werte. Geil. Angriff gegen Bestien ist da gar nichts. Ach so, das ist nochmal besser. So, einen haben wir noch. Jetzt müssen wir natürlich Arcan ein bisschen hochleveln, ne? Mhm. Weil das skadiert ja dann mit den... Na gut, das hast du ja schon relativ hoch. Ich glaube auch, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das ideal ist, aber das sieht ganz gut aus. Ähm... Wir werden das mal im direkten Vergleich ausrühren. Ähm, hast du mitbekommen, dass wir von Adela, also dieser Riesenkopffrau, das Blut bekommen haben? Haben wir? Anscheinend. Bei den Verbrauchsgegenständen gleich das zweite. Regenerationsheilung. Cool. Oh, hast du bekommen? Ich habe nur von Ariana. Aber ich meine gelesen zu haben, dass man von ihr das nur bekommt, wenn man nicht schon einzigartiges Blut hat. Das könnte sein. Das stimmt, sie hat ja gesagt, sie gibt ein Blut dafür, dass man ihr diese Hirnflüssigkeit gibt. Das habe ich ja nie bekommen. Welches Blut hast du? Achso, von Ariana. Mhm. Oh, guck mal! Guck mal! Nur guck doch mal! Ich kann das gar nicht mehr verzaubern. Okay, dann... Kann man da denn noch Feuer draufpacken? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Feuer geht nicht. Dann wird Blitz auch nicht funktionieren. Nö. Okay, gut. Also man kann das Schwert schon mal nicht mehr verzaubern. Also kein Papier mehr drauf, oder wie? Genau. Kein Papier, kein... Papier. Und kein dieses andere, ähm, leere Druckbildhülle. Ah, dieses andere, ähm, Papier. Ja, genau, Papier. Ich habe mir gerade nicht sicher, aber ja, Papier. Gut, ich bin wieder im Gedönse vom Dorf. Ja, ich haue wieder die kleine Glocke an. Die große ist auch an. Und dann hauen wir den Leuten hier mal auf die Fresse. Gut, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das mehr Schaden macht. 200, 600 oder was? Falscher, 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 Falscher. Oh, das ging wieder mal schnell. Oh, ja, stimmt, da bist du schon. Oh, ich stehe auf die Richtung. Oh, knapp, also so knapp, dass er getroffen hat. Oh, ja. Geil. W-wann kommst du denn auf einmal her? Ja, ich bin davor schon von mir gewesen. Der Kaynick, der Retter von hinten wieder einfach so zack. Warst du beim Brunnen schon, oder was? Na, fast. Nee, nicht ganz, okay. Oh. Ich gebe die Rücken in Deckung. Danke. Hat so semi gut funktioniert. Super gut funktioniert. Aber wo ist denn natürlich geglaubt, Tante? Oh ja, da ist ja der Charge. Und der Charge ist es wieder. Das wird zur Tradition. Das ist aber schon fast albern. Boah, mega. Das ist doch nicht mehr wahr. Glück kostet zu dir kommen keine Einsicht. Äh, ich bin tot. Bitte was? Glück kostet mich zu dir kommen keine Einsicht. Ich werde pleit. Stimmt, wir werden aber beide... Also ich bin jetzt... Also, ne, egal. Ich bin auch gestorben übrigens vom Charge. Hab mich auch gewonhitted. Ist einmal in mich rein, zack, vorbei. Ärgerlich. Aber ich spiele auch die ganze Zeit mit dem scheiß Schwert rum. Deswegen, es kann sein, dass ich ein bisschen abgelenken... Weil ich bin mir grad nicht sicher... viel besser, du spielst dich jetzt damit und kannst es nachher... ...kontrollieren. Ich glaube nämlich, es kann schießen. Ja, kanns. Mach zwar keinen Schaden, aber es kann schießen. Fuck auf, was für ein Level habe ich Arcan? 41. Okay. Ich finde das einfach cool. Das ist einfach... Seit, ähm, Kingsfield 1 ziehen sie dieses Spiel... äh, dieses Schwert in alle ihre Spiele durch. Es gibt, glaube ich, ein Spiel, wo es nicht drin vorkommt, aber da wird es zumindest erwähnt. Oh, du bestehst schon wieder direkt am Brunnen. Fuck. Hallo, Hexentante. Stimmt vielleicht mal. Oh, fuck. Ich komm da mal zu euch. Danke, ich hab meine... Du hast meine Echo-Typen gekillt, das ist schon mal nett. Ich bin jetzt in der Hose. Was? Das war nicht schön, die Situation. So. Achtung, der Große ist da. Ja. Was ist jetzt passiert? Ein Uppercut hat er mir mitgegeben. Aber der tut nicht so weh wie der Charge. Das ist gut. Der Charge kommt. What? What? Der steigt ja richtig. Wie sie beide direkt danach greifen. Gibt's euch nicht, dass hier nirgends die älter ist, oder? Die muss irgendwo versteckt sein, oder? Irgendwo da oben drauf, oder was? Vielleicht in einem Haus. Ja, man kommt ja nirgends rein. In einem Haus kann man auf jeden Fall von unten runterkommen. Von unten runterkommen? Ja. Achso. Achso. Achso, du meinst von oben runterfallen, so? Es gibt einen Stufenaufgang, der ist aber nur zu helfen. Genau, genau. Da liegt ein Item, irgendwie. Ja, genau, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man durch den Brunnen da irgendwie hinkommt. Weißt du, dass du dann irgendwo wieder hochklettern kannst, oder so? Ja. Na dann. Wollen wir ihn versuchen, oder was? Na ja. Jetzt haben wir den Signal gesetzt. Oh. Nicht schwer. Ja, aber es macht wirklich weniger Schaden, als die Ludwigs klingen immer noch. Aber du kannst kiten. Ein bisschen. Also könntest du. Ah, guck mal hier. Wenn du die Leiter gleich runterkommst, guck mal links oder hinter dir. Oben hinter dir. Oben hinter mir. Oh. Uäh. Schön. Ich versuche den einen zu pullen. Hat funktioniert, glaube ich. Ja. Geil. Schön auf Distanz, Alter. Mag er nicht zu. Distanzkampf in Bloodbomb. Wie gut. Ist das jetzt gekommen? Oh echt? Okay. Ja. George. Oh. Beide Chargen. Ähm. Der knabbert dich an. Ähm. Bei mir gehen sie beide rum. Und ich fliege in der Luft rum. Ich habe aber kein Damage bekommen. Nee, habe ich auch ganz so gedacht. Irgendwie lebst du ganz schön lange dafür, dass der auf dir rumkaut. Ist jetzt nichts, wo ich mich drüber beschweren würde? Ja, wahrscheinlich habe ich ihn ein wenig gepackt, weil... Nein, nein, nein. Ich bin tot. Hoffentlich. Fuck. Ich habe ihn noch gesehen, aber in dem Moment konnte ich nicht mehr weg... Währenddem er auf mich zugerannt ist, habe ich ihn gepiekst und das dürfte er nicht ganz realisiert haben. Hat er nicht gemerkt. Scheiße. Alter, wer hätte denn... Warum... Was soll denn das jetzt? Wieso ist denn das Gebiet hier zu schwer? Wir könnten aber... Da drinnen einfach unter dem... Äh, an der Decke durchlaufen. Und denn? Und dann schauen, wo es dahin ist. Achso, einfach mal umgucken meinst du? Ob da überhaupt irgendwo was ist? Andererseits haben die jetzt deine Echos. Die liegen da glaube ich nur rum. Ich glaube bei den großen Gegnern liegen die nur rum. Okay. Okay. Okay, die Sprungattacke ist gut. Aber noch nicht One-Hit. Das ist natürlich echt... Warte ich jetzt auf dich? Ich glaube schon. Vielleicht spawnst du ja gleich wieder direkt dein Brunnen. Das ist eigentlich immer noch das... Ist das? Warte mal. Da wird's manch da bei mir an mir. Und... Ich liebe. Was, wo bist du? Bei mir. Ja, aber wo bist du? Äh, beim Brunnen kommt ja auch schon große. Achso. Bei dem bist du gerade. Ja. Komm ich mal, ich bin jetzt ein bisschen auf den Schlägen zu. Oh echt? Ich bin tot. Dieses, wenn man Gegner killt und die Echos bekommt. Das Geräusch. War das schon immer so, wie es jetzt hier ist? Ich habe den Publish nicht drauf geachtet. Weil das klingt für mich sehr nach Dark Souls. Es ist jetzt total bescheuert. Ich habe über 100 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, ob dieses Geräusch schon immer da ist. Hehehe. Charge mich nicht an. Okay. Hä, was hat er jetzt für ein Problem? Er hängt jetzt an einer... Nee, er kommt. Okay. Das ist echt ätzend, weil dieser Charge kündigt sich so früh schon an. Oh nee, jetzt knallt er mir den Schädel weg. Eiii... 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 Okay... Der Warhek! Wo bist du? Weißt du das schon? Weißt du das schon mal, wer? Im Haus. Hehehe... Okay. Weißt du das schon mal? ich habe mich jetzt mal so ein bisschen um ich habe nicht das gefühl dass sie irgendwie was der große geht hier auch in dem wir können da ja auch nicht hoch jetzt aber so eine wand ja aber den müssen wir unbedingt das war gut das war gut er hat keine bock mehr was macht er denn jetzt das gesehen ist geflutet alter dieses glaschloch der zweite gekommen ja der zweite ist da der zweite ist da er ist es dann der zweite hat man echos so viel dazu dass bei den großen wie einfach nur so rumliegen doch was ist passiert man kann mehrmals hintereinander schießen dieses schwert ist das geilste was rakujo eine neue waffe die doppelklingen waffe von mir eben von maria ausrüsten will ich haben also es lohnt sich dann doch das ficht zu kehren würde ich mal behaupten ist sie das ne warte mal was ist das denn jetzt ach so hier ne ne was ist das denn das ist doch was anderes oder ne das sind die ne 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 dann haben wir die waffe jetzt gesammelt das ist natürlich nett wir sterben jetzt einfach nicht weil dann wenn wir von der anderen richtung in den brunnen kommt dann haben wir gleich das spiel dann kommen wir genau können wir einfach wieder hochklettert aber wo geht es denn dann lang kann man da irgendwie gibt es einen hinweis du kriegst schon wieder oder was ach du bist hier oben ach so ich dachte du bist da unten noch irgendwo zu gehen da habe ich keine freunde mehr da waren die keine ahnung was ist da gerade so was das große hier geht es ja auch tatsächlich okay gut ich habe nämlich ganz so gedacht wieso steht da oben und dingsbums und dann okay guck ich das immer wieder kennig ist hier nämlich der platform profi und da ist die modi war das da sind leiter das ein shortcut die leiter ist direkt bei der glocke genau das ist echt und es ruckelt ein bisschen als wären wir in blight town und schlecht und hier kann auch noch und da ist die treppe dann wahrscheinlich irgendwo mit dem item was wir sehen was macht er da ist ein butcher der kommt von hinter dir hinter dir also er hat ein rüstungs set und er hat ein blut steinbrocken den brauchen wir unbedingt wie viel blut steinbrocken haben wir jetzt mittlerweile schon gefunden im dlc mehr also im haupt auf jeden fall aber sowas von gut dann haben wir das hier alles die donnern item das kannst behalten das braucht kein mensch gut brunnen haben wir in der hütte waren wir schon mal da müssen wir jetzt gerade durch weiter wenn die reichweite ein bisschen größer wäre haben wir beide getroffen ja ich habe gewundert weil ich habe nur einen schadensanzeige gesehen und der war und das wäre dann also wäre dann worden gewesen und das wäre irgendwie merkwürdig wo wieso denn auf mich so wo war die alte da oben ich versuche den sperrhaini hier unten zu polen gut das war jetzt killen statt polen aber ist okay gleich kommt wieder der blaue pass auf er kommt er kommt er alter fuck my fucking fuck Das ist immer so geil, man hört nur die ganze Zeit, flasch, flasch, dann ist Ruhe und irgendwas kommt, dann ein komisches Geräusch von dem Zimmer. Wollen wir eben bei dir den Shortcut hier freischalten, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Gut, dann klingelingeling die kleine Glocke, ja, ich mach nur kurz die beiden hier noch weg. Oh fuck. Hoffe ich. I try. Oh, kann man jetzt von oben auf ihn rauf fallen oder was? Oh, vergiss es, vergiss es, vergiss es, okay, aber Entschuldigung, das war so nicht gemein. Na, ich bin gerade die Leiter hoch, doch, 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 ich bin gerade die Leiter hoch und wollte dem großen Typen auf den Kopf springen, ja, fliegen mir die lila Totenköpfe entgegen. Oh, das ist natürlich semi, aber okay. Ich würde den Typen da vorne gerne killen, weißt du das? Ich habe so ein bisschen Blutrausch, weißt du, der da so quatscht. Ah, der, der ganz am Anfang. Mhm, genau. Ja, ich weiß nicht, ich glaub der ist, der ist ein alter Du. Ja, damit habe ich 200.000 Echos verloren. Du hast es natürlich ärgerlich, aber ich habe mich noch mal töten lassen. Also ich starb einmal und starb ein zweites Mal. Und ja. Und ja. Macht's schön. Eieieieiei. Oh. Es ist ein Trauberspiel. Nein, nein, ein hartes Spiel. Ja, so war das, genau. Na komm, stirb einfach. Ich versuche mal zum Brunnen zu kommen, ohne zu sterben. Wieso beachtet ihr mich nicht? Beachtet mich. Oh ne, nicht so viel, nicht so viel beachten. Okay, reicht. What? Hey, ich habe 7600 Blutechos zurück erhalten. Das ist sehr gut. Ja. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich werde sie direkt investieren. In... Bitcoins. Die Zukunft. Ich kenne da jemanden, der hat richtig viel Geld in Bitcoins. Ne, in Ethereum investiert. Also schaut mich an und ich stehe so, dass der Brunnen noch zwischen uns ist. Ich bin jetzt am Brunnen. Okay. Locker ist. Du bist okay. Ich werde gecallt. Ich werde gecallt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, scheiße. Oh Gott, wo komme ich denn da jetzt wieder raus? Oh, ohh, 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 Gott, ohh, Gott, ohh, Wasser. Der ist auf euch. Du bist tot. Das sind nicht deine Gegner, habe ich das Gefühl. Nein, absolut nicht. Alles was chargen, kamn... Nein, danke. Haha, scheiße. Weiß, 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 weiß. Cheiße. ähm ich bleib mal noch an der am brunnen stehen wir sind jetzt einfach und rennen einfach den berg da kann er ja nicht hinterher es geht es zu dicken oh püttel tschuldigung manchmal kochen die emotionen ein bisschen hoch ich will ihn auch ignorieren aber ich kann nicht er hat mich getroffen und hat mich getötet er tötete mich bereits zum richtigen malen häufig oder sieht so ein bisschen aus dieser block fisch habe ich gerade gesehen ist der block fisch 1 zu den lampen fisch laternen fisch der auch manchmal für mims genutzt ja genau sind wir nicht wirklich das ist keine ausrede die ich gelten lassen würde waffen sind auf maximaler stärke wobei gut new game plus 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 ich weiß nicht wie wie das dann skaliert keine ahnung apropos shortcut freischalten ach so den berg willst du hoch jetzt habe ich es erst verstanden was du meinst mit berg hoch nur den berg hoch fuck you hast ihn ja 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 killt mich ruhig ist ok da man was zum yo 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 ok und eigentlich jetzt nicht jetzt okay ich muss ganz kurz ich habe gerade ich hatte ja doch das image vom block fisch auf dem handy wo bist du ich bin da wo die leiter ist beziehungsweise holen wir jetzt kurz die glockentruse wir sehen uns in der nächsten folge wieder das ist ein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut und ich war nur gerade fasziniert dass sie den sturz überlebt was so ok ich bin da hinten gut ja ja stopp